Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Little People Big Dreams, diesmal mit Hannah Arendt näher zeigen. Das Buch hat 32 dünne Seiten, kostet 13,95 Euro und wird für 4- bis 10-Jährige empfohlen. Es ist auf jeden Fall mal wieder die Thematik Persönlichkeit und Biografie natürlich, aber eben auch Geschichte zum Zweiten Weltkrieg und auch das Thema Mut wird hier deutlich hervorgehoben. Es zeigt, wie die Jüdin Hannah Arendt zu der bekannten Philosophiestudentin geworden ist und was dazu geführt hat. Sie hat sich das Lesen, sie mochte Bücher sehr, sie hat sich das Lesen selbst beigebracht und von klein an viele Bücher gelesen, was Kindern vielleicht zeigt, dass Lesen wichtig ist und sie selbst zu mehr Lesen und auch zu schwierigeren Büchern gegebenenfalls animiert. Als Hannah sich in der Schule gegen Beschimpfungen, Beleidigungen wehrt, zeigt es Kindern auch, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, was auch ebenfalls sehr wichtig ist. Und auch als der Lehrer sie in der Schule beleidigt, ich finde es unglaublich beeindruckend und sicherlich auch viele andere Kinder, dass Hannah es geschafft hat, die ganze Klasse auf ihre Seite zu ziehen. Das inspiriert und ist auf jeden Fall eine sehr mutige Sache von ihr gewesen. Dass sich Hannah nicht unterkriegen lässt, als sie von der Schule dann geschmissen wird und ohne Schuleabitur ein Jahr früher sogar besteht, ist sehr eindrucksvoll und stärkt sicherlich auch die Kinder, die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn auch sie vielleicht Probleme in der Schule haben. Ihr Mut, sich zu engagieren, um gegen Hitler vorzugehen, ist unglaublich bedeutungsvoll und zeigt Kindern, dass man gegen das Unrecht angehen muss. Die Geschichte von Hannah Arendt ist für mich eine der wichtigsten aus dieser wundervollen Buchreihe und absolut empfehlenswert. Sie inspiriert die Kinder mutig zu sein und stets gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!